Hallo liebe Fußballfreunde, das war ich lange kein Video gemacht. Ich wollte euch Entschuldigung sagen, das Gesetz kommt gerade auf ein Video, ist nicht mein böse Abglück. Das war mein Akku leer. Ja, jedenfalls meine Meinung, Andi Lazo, Andi Lazo. So einen Kanal heißen so, Andi Lazo, meine Meinung. Kanal Name, Andi Lazo, 25.300 Abonnenten. Eine kleine Frage, dann zufällig 1.000 mir geben zufällig. Ich will nicht betteln, das will ich nicht. Kleine Spende von mir, von Abonnenzzahlen machen. Eine 1.000 Euro. Äh, nee, nicht Euro. Kleine Scherze von Gerande. 1.000 Abonnenten. Ich freu mich. Und Kanal gegründet, Andi Lazo, 11.10.2011. Anscheinend, das ist ein guter, das ist auch ein guter Kanal, aber warum das, 25.300 Abonnenten, 20.300 Abonnenten, warum das so wenig ist, das pehe ich nicht. Von 2011, eigentlich kann ein Schmerz sein, aber hey, jetzt kann ein Profi in den Himmel gefallen, in den Boden, oder so rum. Aber kleine Spende, 1.000 Abonnenten zufällig, ich will nicht betteln, ich bin nichtmals froh. Darüber.